Musik Weiter geht es mit einer neuen Folge Far Cry 6, Leute. Herzlich Willkommen. Na, Kroko? Du läufst wieder ein bisschen Randale hier. Ja, ich seh, ne? Du hast so ein geiles T-Shirt an. Geil. So, wir sind hier vor der Wetterstation, die wir auf jeden Fall noch einnehmen müssen. Ich weiß gar nicht, welche Missionen wir dafür auswählen sollen. Notizbuch-Einsätze. Äh, nein, nein. Auch nicht. Auch nicht. Geschichten? Ne, Geschichten glaube ich auch nicht. Hol dir Waffen von Juan. Angereichertes Uran. Wasserturm. Gift. Müsste... FND-Kontrollpunkt. FND-Basis. Okay, gut. Egal, wir nehmen es einfach jetzt auf jeden Fall ein. Hier haben wir... schon ein Buddy. Mit Raketenwerfer sogar. Was ein Arsch. Kordinat. Wetterstation. Militärisches Ziel. Die hören aber geile Mucke. Muss man sagen. Oh ja. Denkst du gar nicht so drüber nach, ne? Will Terroristen auch vielleicht einen guten Musikgeschmack haben? Haben wir hier noch irgendwas? Äh, Granate? Oh. Fucking... Granate. Wir müssen auch auf die Hunde aufpassen. Oh, wir... Wir müssen so auf die Hunde aufpassen. Metall nehmen wir natürlich mit. Benzin nehmen wir natürlich mit. Wie sollen wir... Ohne das... Menschen anzünden? Äh, hier... Hier gibt's gar... Gar... Gar nix. Was ist hier vorne? Äh. Geh weg. Wieder zurück. Auskundschaften. Kundschaft, Kundschaft. Von mir versteckst du dich nicht. Das war's? Ich will so ein Heli haben. Der Sack da oben? Meint der nicht ernst, oder? Ja, komm. Hauen wir den Hammel mal weg. Ich muss nur genau die Spitze finden von diesem kleinen Ding. So. Bitte fall nicht runter. Glück gehabt. Was für ein Hund. Jetzt mal ehrlich. Wo ist der Hund? Dieser Hund nervt mich extrem. Wir gehen mal hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Und guck dir mal das... Dir das an. Wunderschön. Hier siehst du alles. Auch den Hund? Der überall zu hörende Hund? Oh. Hätte ich auch mal vielleicht mal drauf achten sollen. Was ist denn da unten? ETF. Hier ist ein Bunker. Kann ich hier schon rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Alles klar. Ich kann. Ja, dann gehen wir doch direkt mal hier runter. Frage ist nur. Können wir das ja auch alles leise erledigen? Türen prüfe ich gerade mal. Hier müsste es eigentlich was geben. Aber wahrscheinlich geht es jetzt gleich links lang. Weil da gibt es auf jeden Fall was zum Einsammeln. Da muss was sein. So. Hier. Ist keiner. Also so ein unbewachter Bunker, ja? Ist schon mal dumm. Wo kommt denn jetzt das Flashlight her? Ist schon dumm, ja? Schlüsselkarte. Mach mal. Könnte ich das Licht irgendwie ausmachen? Irgendwie geht das bestimmt. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie ich es angekriegt habe. Okay. Hier hat jemand randaliert. Aber nichts unübliches. Okay. Und hier geht es dann wahrscheinlich wieder raus. Okay. Gut. Dann schalten wir erstmal die Leute aus. Dann holen wir uns die Schlüsselkarte. Und dann steppen wir in den Bunker und holen uns den geilen Loot. Äh. Ah, ihn. Warte mal. Warte mal. Er steht vor mir, aber ich tippe einfach. Ist mir scheißegal. Schau mal schneller. So. Und jetzt? Kann ich... Ihn muss ich von hinten irgendwie ausschalten. Das spart gut Zeit. Dass er das nicht checkt. Connectado. Ah ja. Warte, wir gehen anders lang. Da oben pennt einer. Oh, Bro. Es sieht nicht gut aus für dich. Es sieht gar nicht gut aus. Schmeckt die Machete. Immer noch brutal. Ähm. Hier kommt einer. Ne. Hier. Der pennt. Neben dem Bett. Ist rausgefallen. Kann ich... Kann ich... Ja. Ah. Ich kann einfach drauflaufen. Jetzt ablegen. Ja, siehst du. Der ist müde. Der Kopfschuss da. Das. Ja. Also. Ah, Mann. Ein paar Kratzer kann man doch mal haben. Weißt du schon, was ich meine? Ausschalten. Lassen wir mal die Musik an. Schlecht ist dir jetzt nicht. Du bist weg. Was macht denn... Ey, hier ist so eine Randale. Vivro. Vivro? Viviro? Viviro. Wir nennen es Viviro. Munition. Ist auch immer wichtig im Labor. Ja. Munition. Ah, ja. Das da... Jetzt mal ehrlich. Ja. Du stehst hier. Guckst hier rein. Und plötzlich läuft dann einfach ein Kroko vorbei. Ja. Was tust du? Also, ich würde da nicht reinlaufen. Sag ich dir ehrlich. So. Jetzt komm hier rein. Kriegst einen auf den Nuss. Oh. Total. Ach krass. Ich kann... Ich hab direkt den Körper in der Hand. Guck mal, der sieht jetzt nicht danach aus, als hätte ich den mit der Machete abgemetzelt. Warte mal, da ist einer. Aber hier hinter ist auch noch einer. Gefährlich. Mach ich nicht. Was ist... Was kann ich jetzt hier machen? Nix. Hier gibt es nix mehr. Soweit ich das sehe. Aha. Alarm deaktivieren. Ja, das ist doch mal was. Easy. Ja. Wir gehen hier rein, als wäre das unser Laden. Keine Verständnis. Nein, ihr braucht keine Fernseher. Ihr seid dumm genug. Noch mehr? Nee. Medizin, auch ganz wichtig. So, hier oben. Ah, da oben liegt er und pennt, okay. Bananen. Bananen und Munition, Leute. Bananen und Munition. Das sind die Sachen, die ein Mann in dieser Zeit braucht. Memo an das gesamte Personal. Betreff Bananen. Was? Mir ist Ohren gekommen, dass jemand vergew... Äh, dass jemand gewaltige Mengen unserer Bananen stiehlt. Den letzten Meldungen zufolge könnte sich dabei um eine wahnsinnige Guerilla namens Monica handeln. Aber diese Information wurde noch nicht bestätigt. Halten sie dennoch Ausschau nach einer Person, die unseren Bananen stiehlt. Solltest du den Schuldigen ausfindig machen, setzen sie dem Treiben mit allen nötigen Mitteln ein Ende. Guavas. G. CPT. Keine Ahnung. Wenn ich den Bananen-Dieb finde, ja, verbünde ich mich mit ihm. Bei Bananen und Munition, ihr wisst Bescheid. Bananen und Munition. Man gebe mir die Bananen. Und mit den Bananen, mit Hilfe der Bananen, finde ich wieder neue Munition. Und mit der Munition kann ich wieder neue Bananen klauen. Weißt du, kennst du, ne? Was? Ist der besoffen? Ähm. Wow. Alter. Was ist los mit dir? Bist du ein Albtraum oder bist du blau? Okay. Du bist auf jeden Fall tot. Was? Das war ein Zivilist? Was? Oh, blöd. Blöd, blöd. Das war's mit dir. Ich liebe es im Dunkeln. Äh. Von einem Dach runter zu springen und den Typen direkt zu messern. Sprungangriff. Komm rüber. Ja. Au. Böse. Was war das? Das war's schon? Das war easy. Oh yeah. Unser neues, unser neuer Checkpoint. Hauptquartier, Wetterstation. Ist wichtig. Dann wissen wir jetzt, wie das Wetter aussieht. Ha. Weiß nicht, ob man damit jetzt so viel machen kann, aber ha. Ja. Ha. Wir haben die Wetterstation. Ihr nicht. Also, sind wir besser. Ich will so ein Heli jetzt benutzen. Aber vorher klau ich mir noch hier vorne was. Neues Schnellreiseziel. Sehr geil. Auch übrigens, danke nochmal an all die Kommentare, die so unglaublich hilfreich waren. Hat, war wirklich hilfreich. Jede einzelne Information war hilfreich. Weil, ihr wisst, ich spiel das Spiel hier gerade komplett blind. Ich spiel das ganze Gameplay blind. Weil, ich wollte mich nicht spoilern. Ich hab's bei 5 gemacht. Ich hab's bei 4 gemacht. Und, jetzt wollte ich einfach mal nicht machen. Ich find das so besser. So kannst du Sachen entdecken. Du hast diesen Wow-Effekt einfach noch drin. Das hast du nicht, wenn du alles weißt. Zum Beispiel, was denn? Also, zum Beispiel diese Fatalities. Diese Macheten-Kills. Ja, meine Fresse, ey. Die sind wuchtig. Die sind geil. Da hast du richtig Bock drauf. Hätte ich mir schon vorher Videos reingezogen. Von Keystro zum Beispiel. Der irgendwie am ersten Tag direkt das ganze Spiel durchgespielt hat. Ja, gut, ne. Dann, macht das ein bisschen weniger Spaß, find ich jetzt. Von daher, Dying Light wird auch auf jeden Fall blind kommen. Ich guck mir auch nichts mehr zu Dying Light an. Den Anfang hab ich mir noch angeguckt. Dann auch immer noch ein paar, ein, zwei Videos noch mehr. Aber dann dachte ich mir auch so, nee, komm, lass sein. Weil, irgendwann, ich hab den Trailer, ja, bestimmt hundertmal geguckt, ja. Ehrlich, bestimmt hundertmal. So oft, wie ich das Video schon gesehen hab. So, und die Sachen. Also, zum Beispiel auch die erste Mission. Es gab irgendwie eine Mission oder die erste Mission oder sowas. In der Dreiviertelstunde war auch ziemlich geil. Diese Mission hab ich mir fünf oder zehnmal angeguckt. Ja. Ich weiß aber jetzt auf jeden Fall, wenn ich in diesem Spiel bin, wenn ich das Spiel endlich hab und es endlich spielen kann. Die erste Mission kenn ich auswendig. So, die ist langweilig. Ich kenn sie schon. Und das nimmt einem total das Feeling weg. Dann verkackst du noch ein, zwei Aufnahmen. Kannst du das ganze Spiel nochmal spielen. Dann spielst du das, den Anfang einfach sechs, sieben Mal. Und zehn Mal hast du es schon gesehen. Nicht so cool, nicht so cool. So, wir gehen jetzt mal hier an die Werkbank und gucken mal, was wir jetzt hier alles upgraden können. Weil wir haben einiges gefarmt. Und ich will einige Upgrades haben. Und zwar geile Upgrades. Wir können jetzt zum Beispiel ein neues Visier dran bauen. Sehr geil. Die Frage ist, welche Waffe nehmen wir mit. Was haben wir jetzt aktuell? Wir haben die Sniper. Die La Cavadora. Die MS-16. Und die Pistole. Nehmen wir erstmal die Pistole. Gucken wir mal, was wir hier upgraden können. Wir haben Blutrausch. Oder tödliche Dosis. Wir nehmen jetzt mal tödliche Dosis mit. Ähm, Weichziel-Munition. Mikro-Reflex-Visier. Alles klar. Alles nachladen. Erweitertes Magazin. Stimmt. Passt. Und hat Luft. Geil. Nehme ich mit. Supremo. Nehme ich natürlich jetzt mal wieder den anderen mit. Äh, ich glaube das war der, ne? Ja, den habe ich schon mal gewechselt. Weil damit kriegst du auch die Helikopter viel besser runter. Ähm, das hätte ich auch so, da wäre ich auch so nie drauf gekommen. Ehrlich gesagt. Wäre ich nie drauf gekommen, dass ich damit die Helis runterballern kann. Hätte mir das nicht eine freundliche Seele in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank nochmal an dich. So. Ähm, LMGs spiele ich nicht. Wir nehmen, die könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Oder. Oder, oder, oder. Sniper. Kann ich jetzt endlich ein neues Visier drauf bauen. Kleines russisches Visier. Scharfschützenvisier. ACOG. Impro ACOG. Kimmonkorn. Kimmonkorn ist glaube ich besser als dieses Impro Scharfschützenvisier. So, wir nehmen das Scharfschützenvisier direkt mit. Dazu. Der Waffenlärm wird etwas reduziert. Die Reichweite wird etwas verringert. Dann nehmen wir das mit. Auf jeden Fall. Ich will die Sniper weiter pimpen. Ist doch geil. Mensch. Was haben wir hier? Schnapp, schnapp. Aussehen. Wir haben ja auch noch ein paar Spraydosen. Wir nehmen ja die Tarnung mit. Prämierwaffe 2. Dann. Wir haben ja auch schon alles drin, was man so braucht. Das ist auf jeden Fall eine geile Waffe. Wenn du da mit Gegnern ins Gesicht schießt. Macht übertrieben Spaß. Weiß nicht warum, aber es macht einfach übertrieben Laune. Vielleicht liegt es am Klang oder an der Haptik, aber es ist auf jeden Fall geil. So, wir brauchen noch eine schnelle Knarre. Maschinenpistole. Boah, die eine war wenig Schaden. Würde ich lieber die Dinger hier nehmen. Komm, wir nehmen sie mal mit. Klatschen wir hier noch. Wir lassen das hier mal auf Kimme und Korn. Und hier können wir noch gar nichts machen. Also Schalldämpfer mäßig tut sich hier nichts. Wir können das hier noch dran machen. Immerhin ein bisschen. Ja, ja, industriell finde ich gut. Finde ich gut. Nehme ich mit. Einen Talisman muss man jetzt auch nicht unbedingt haben. Ich habe gedacht, das hat irgendwie ein paar Fähigkeiten drauf. Oder irgendwas, was dir hilft, besser zu werden. Was bist du? Hallo. Na, kaufen. Oh mein Gott. Oh Gott. El Muro. Ich will El Muro haben. Eigentlich will ich alle Waffen haben. Ganz ehrlich. Oh. Meins. Da diskutiere ich gar nicht lange. Meins. Ah, Klamotten können wir auch kaufen. Geil. Nehmein. Ich glaube, wenn wir ein ganzes Outfit komplett haben, weil hier wird das ja angezeigt. Oberteil, Unterteil, Schuhwerk. Vielleicht gibt es da nochmal irgendeinen Bonus oder sowas. Du hältst zusätzliche Herstellungsmaterialien. Boah, eigentlich gar nicht so kacke, ne? Ausdauer regeneriert sich schneller. Du bewegst dich viel schneller, nachdem du gerutscht bist. Verteidigung gegen Explosion wird höher. Maximale Ausdauer. Das ist ja wohl das L... No, das geht eigentlich. Zusammen mit Gegenständen in der Nähe. Automatisch ein, solange du in einem Fahrzeug sitzt. Boah, krass. Bewegungsgeschwindigkeit, ja. Ist gut. Ist gut. Nett. Oh yeah, der Bogen. Der Bogen. Ich freu mich. Ich freu mir, ich freu mir. Haben wir jetzt nicht die Giftpistole ausgewählt? Wählen wir die Giftpistole aus. Ausrüsten. So. Premierwaffe. Sekundärwaffe. Das ist aber wieder so ein kleines Spielzeug, ne? Aber komm, spielen wir mit dem Spielzeug. Scharfstützengewehr würde ich noch gerne mitnehmen. Ich bräuchte auch eigentlich was Schnelles. Aber, da scheiße ich jetzt drauf, weil ich will den Bogen nehmen. So, Munition. Was besseres können wir nicht haben. Optikfeld. Okay, meinetwegen. Mods. Wow, noch gar nichts. Aber. Boah, das sieht doch sexy aus. So oder so. Komm, nehmen wir den in. In wat? Förster? Förster. Nehmen wir das in der Förster Edition. Dazu natürlich. Die scharfe Pepper. Und jetzt geht's endlich weiter. Oder? Da könnten wir nochmal kurz ins Arsenal schnuppern. und die Schuhe mal durch wechseln. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ab in den Heli. Wo geht's jetzt hin? Ähm. Die Kiste an der Küste. Die Kiste an der Küste. Ganz klare Sache. Da geht's hin, Leute. Boah, das sieht ja geil aus. Okay, das fühle ich. Finden sie ja in die Übergabestelle. Haben wir auch einen Fallschirm oder sowas? Trifft Espada beim Wasserturm. Wir gehen aber erstmal nach hier. Können wir irgendwas abwerfen? Leuchttrakete. What the fuck? Yay! Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Ähm. Maschinengewehr. Ja. Okay. Frei umsehen. Schön. Wunderschöne Insel. Ja, sehr geil. Kann ich jetzt hier einfach mit dem Helikopter kommen und euch alle wegballern? Stimmt, oder? Stimmt. Aber hier ist doch nichts. Hier ist doch alles friendly-manly. So, Fahrzeug verlassen. Ups. Der Baum war schon vorher kaputt. Ach, das kenne ich. Doch, das hatten wir doch einmal. Kiste an die Küste. Dann haben wir doch verkackt. Wir müssen einen neuen Ort bestätigen. Luther, auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass die Soldaten die Vorräte so dringend brauchen wie ich. So, wir können jetzt direkt rüber fliegen. Easy. Fangen die Lieferung ab. 1000 Meter. Ja, dann haben wir jetzt aber schnell dahin. Was ist das? Alter, was? What the? Oh, Mann, ey. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ja? Ich weiß nicht, dass ich schon wieder tot bin. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. So, nochmal. Da hoch. Wir müssen eigentlich direkt das Flugzeug wegnehmen. Die Frage ist, krepieren wir, wenn wir im Flugzeug sind? Oder krepieren wir erst ab einer gewissen Höhe? I don't have any Ahnung. Öh. Ich weiß nur, das Ding ist echt scheiße zu steuern. Öh. Ähm. Bitte. Einmal. Nein. Nein. So. So. Steuerung. Alter. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Da. Halt. Nochmal drehen. Und jetzt runter? Äh. Okay, weißt du was? Hau rein. Äh. Fallschirm. Oh nein. Wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. Können wir hier wenigstens hoch? Das ist ja ätzend. Jetzt muss ich den Scheißweg hier irgendwie hochkommen? Ne. Hier waren doch überall Enterhaken. Okay. Hier sterbe ich nicht. Alles klar. Heilen. Äh. Au. Alter. Tut doch weh. Verdammt. Aber Far Cry ist glaube ich auch dafür bekannt, dass die so unglaublich eklige Sachen zum Heilen machen. Ich habe mir mal ein Video dazu reingezogen. Alle verschiedenen Arten, wie man sich bei Far Cry heilen konnte. Huch. Und da, ähm, hast du die Ammunition mit Pinzetten rausgezogen. Also, Kugeln mit der Pinzette rausgezogen. Irgendwie die Zigarre drin ausgedrückt. Oder, ah, das war so krank. Hier hast du das auch. Geil. Finde ich echt heftig. Das hat so gut wie kein Spiel. So, diesmal nicht hier kaputt gehen. Es ist natürlich blöd, weil Wingsuit und so. Ah. Alter. Junge, diese Steuerung, ne. Was war denn jetzt? Normalerweise ziehst du beim Wingsuit nach oben, ja? Oder nach... Du drückst nach unten, um nach oben zu fliegen. Funktioniert nicht. Alles klar. Ah, diese Bugs macht mich fertig, wa? Sie macht mich fertig. Oder meine Blödheit. Kommt immer drauf an. Aber es sind die Bugs, weil meine Blödheit kann's nicht sein. Weißt du doch. Nicht meine Schuld. Denkst du? Wir kriegen das jetzt wirklich hin. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Und jetzt hoch. Ich schaff's ja nicht mal, auf diesen Berg zu kommen. Ich weiß ja nicht mal, wo der fucking Berg ist. Leck mich. Wo? Alter. Die Mäck macht wieder scheiße mit mir. Ist das hier? Ne. Hier irgendwo. Also hier bei diesem Wingsuit musst du nach oben ziehen. Keine Ahnung warum. Absolut nicht. Plötzlich ist es nach oben ziehen. Boah. Fast sauber gelandet, ne? Fast sauber gelandet. So. So. Kriegen wir es jetzt hin. Ich weiß ja jetzt, wie ich den Wingsuit aktiviere. Und ich weiß jetzt, wie ich fliegen muss. Ich schaffe es auf jeden Fall eher zur Lieferung als das Militär. So. 1000 Meter Leute. Schaffen wir es. Ich bin zuversichtlich. Ich glaube nun nicht dran. Wingsuit hat auf jeden Fall ordentlich geholfen. Na ja gut, ordentlich. Ich muss noch 1000 Meter irgendwie hinter mich kriegen. In drei Minuten. Einfach cool bleiben. Einfach cool bleiben. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich würde schon gerne mal ein Gefährt haben. Wirklich gerne. Hier vorne ist ein Gefährt. Also kein Pferd, sondern ein Auto. Ein G-Auto. Verstehst du? Naja, egal. Der war scheiße. Ist nicht schlimm. Oh, dich hätte ich gerne genommen. Also, das Auto hätte ich gerne genommen. Mensch. Alter, ich brauche ein Fahrzeug. Hier ist ein Pferd. Komm on. Es ist zwei Minuten noch. Ich muss noch über 800 Meter hinter mich bringen. Bitte sei schnell, du Gaul. Ey, ich brauche dich. Tut mir leid. Kriegst du das Geld zurück? Huch. Schneller. Los. Okay, zweieinhalb Minuten. Ich weiß gar nicht, ob man mit dem Pferd überhaupt springen kann. Und ein bisschen Beeilung. Hopp, hopp, hopp. Das dürften wir, glaube ich, hinkriegen. Ah, tut mir leid, Bro. Ich kann nicht helfen. Ich muss wirklich fast dahin. Ähm. Meinst du jetzt nicht ernst? Jau. Das Rambog-Pferd. Alles klar. Wir haben es gefunden, Leute. Wir haben es gefunden. Dö-dö-dö-dö-dö. Autos interessieren das Vieh nicht. Wir reiten. Wir reiten. Da oben ist ein Helikopter. Aber interessiert uns nicht. Ich mein, das Pferd macht einfach den Zaun kaputt. Ja. Wenn mein Pferd das könnte. Geil. Lass mir nicht. So. Ähm. Wer will Paxen machen? Alter, mit der Schrotflinne. Du Drecksack. Hau rein. Hier. Schade, dass es gekattet ist. Dass man nicht irgendwie sieht. Äh. Was tust du hier? Dass man nicht irgendwie sehen kann. Wie der Kopf abfliegt. Oder so eine Scheiße. Das gibt's ja nicht. Leider. Leider. Wenn die das mal mit reinbringen würden. Boah. So. Komm, Guapo. Gib ihm. Ich muss noch den Heli aufpassen. Tschüss, Heli. Bamm. Okay. War viel zu overpowered. Viel zu overpowered, Leute. Viel zu overpowered. Geil. Und Vorrasivierung auch nochmal geben. Level 4. Easy. Hast du gut gemacht, Gaul. Ich bin stolz, ja. Esbier bin ich jetzt. Eine Notiz? Nein, keine Notiz. Die Knarre knallt aber ordentlich rein. Er ist ja recht hier. Supremo Kleber. Die Knarre knallt ordentlich rein. Wer macht hier Stress? Du dürftest tot sein. Ja. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu looten? Looten ist immer gut. Looten ist... Ich liebe Looten. Looten, 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 looten. Stell dir mal vor, ja. Du kannst dich bewerben, um für fremde Leute zu looten. Also du sitzt den ganzen Tag und lootest für fremde Menschen. Fände ich ewig, ja. Vier Mille für ein bisschen looten. Bei irgendeinem Spiel. Das machst du dann vier Stunden. Und dann gehst du nach Hause und lootest selber. Alleine für dich. Bester Job der Welt. Hau rein, hau. Die Knarre, die Knarre, die knallt rein, ey. Die knallt rein. So. Was haben wir hier? Ein Rennen? Rennen ist verfügbar. Komm, Leute. Dann machen wir noch einmal ein Rennen. Versuchen das einmal. Ich bin echt scheiße in sowas. Oh. What? Minen? Willst du mich verarschen? Kannst du doch keine Minie aufbauen. Ich bin Anfänger. Blutig. Boah, aber das fühlt sich geil an. Jetski fahren fühlt sich wirklich geil an. Dieses Sliden über das Wasser. Sehr geil. Enge Kurven nehmen. Sehr geil. Dass du ein bisschen wegrutscht. Auch geil. 20 Sekunden. Easy. Dürfte kein Problem sein. Wenn ich mich jetzt total bescheuert anstelle. Kommt aber meistens vor, wenn ich ein Rennen habe. Das ist dann sowas wie, du nimmst eine ganze Festung ein, ohne eine Kugel zu verbrauchen. Ja? Ähm. Der letzte Gegner sieht dich, schlägt Alarm und du bist tot. So endet das meistens bei mir. Oder, auch schon oft passiert, du fährst eine geile Runde, ja? Wunderschön. Dann liegst du irgendwie plötzlich auf dem Rücken und kommst nicht mehr hoch. Alle Leute überholen dich. Und da solltest du dann nicht durchdrehen und den Controller schrotten, weißt du? Jetzt mal ehrlich. Drehst da durch, ey. Kriegst da Rad ab. So, wohin? Ist auch immer schlimm. Wohin? Äh, wohin? Ah, hierhin. Ernst? What? Er ist einfach ins Wasser geplumpst. Was war das jetzt? Jetzt wollte er die Rampe irgendwie nicht mehr nehmen. So, ne, beim ersten Mal hast du verkackt, jetzt will ich auch nicht mehr. Boah, so knapp. Ich bin tot. Ich bin tot. Weißt du? So läuft das dann bei mir ab. Ach, leck mich doch. Leck mich doch. Das machen wir nochmal. Genau so läuft's ab. Du machst eine wunderschöne Runde. Alles läuft super. Tot. Alles macht schon Spaß. Aber das ist nicht gerade die Touri-Runde. Das ist ja absolute Touri-Runde. Das ist ja easy. Wenn ich aber anfange, hier schon mit 20 Sekunden. Wenn ich mit 20 Sekunden vorher, oder mit 20 Sekunden Puffer reingehe. Ja, Alter. Dann ist das doch nicht schwer. Als Anfänger versteht sich natürlich. So, also ich darf kein einziges Mal die Minen treffen. Einmal Mine und Puff, ich bin weg. Das war auch gerade echt knapp. Hier, guck mal, du slidest so ein bisschen über das Wasser, wenn du in die Kurven gehst. Finde ich geil. Gibt's bei vielen Spielen nicht. So, das machen wir jetzt easy und vernünftig. Wir wissen schon, was kommt. Die Tante habe ich auch letztes Mal mitgenommen. Aber hier, alles schön clean. 5 Sekunden plus. Gar kein Problem. Du fährst hier durch. Es wird immer enger. Kurve schön genommen. Weiter geht's. Zack, zack. Guck dir das an. 40 Sekunden schon drüber. Jump. Zweiter Jump. Alles easy. So soll das laufen, ja? Aber so soll es auch beim ersten Mal laufen. Jetzt ist wieder ein bisschen Crap. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder irgendwie sterben. Wegen irgendwas. Bug mäßig. So, ich habe Zeit, ja? Ich nehme mir jetzt auch die Zeit. Ich nehme mir einfach die Zeit, weil die Ecke hier ist auch echt gefährlich. Guck mal. Gar kein Problem. Hätte ich die Kurve noch vernünftig genommen, hätte ich bestimmt, hätte ich bestimmt irgendeinen geilen Platz erreicht. Hä? Okay, alles klar. So, was passiert dann, wisst ihr? Nicht abgeschlossen, abgeschlossen. Ich meine, ich hätte es abgeschlossen. Ich habe es wahrscheinlich auch abgeschlossen. Der Schaltknüppel. Der Schaltknüppel. Oh yeah. 1962er. Geil. Ich habe voll den geilen Loot. La la la. Ein bisschen Pillen mitnehmen. Mit genügend Pillen kannst du immer gut chillen. Der wirft sich jetzt gleich eine Handvoll rein und dann ist die Folge auch vorbei. Was da passiert denn hier? Ey. Du darfst nicht leben. Alter. Was passiert denn hier? Was ist hier los? Oh mein Gott, die beschießen sich alle. Was? Was? Das Pferd dreht voll durch. Ist das ein Zivilist? Warum mache ich es wie die Amis? Erst schießen und dann denken. Klassisches Beispiel jetzt. Was denn? Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Hey. Ja, hier ist irgendwo ein Gegner noch. Bist du ein Gegner? Ich glaube nicht. Ich lasse dich mal am Leben, ja? Du bist jedenfalls kein Freund. Weg raus. So, runter mit dir. Da haben wir Pferd. Alter, dieser Finger. Sehr ekelhaft. Was denn? Laufen? Wohin? Okay, Leute. Wir laufen jetzt in Richtung Meer. Und ich verabschiede mich in dieser Folge. Guck mal, sogar das Pferd hier. Zack. Wir gehen auch mal raus. Nicht, dass hier wieder noch irgendwas explodiert. So, Leute. Ich hau rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Was ist da los? Ich sterbe. Ich bin vergiftet? Es kann sein, dass ich vergiftet wurde. Ja, ich wurde wahrscheinlich vergiftet. Alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ohne Gift, natürlich. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis dann. Und. Hallo. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.